Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Ich hab geschissen. Ja, letzte Folge bei Glu war er eignisreich. Das hier ist mein Autoschlüssel. Und das hier ist Dr. Patton. Das hier ist mein Autoschlüssel. Heute zocken wir in der Runde Dead by Daylight. Ihr könnt schon mal ready machen, den kleinen Kek, gekinderten Kekks. Ähm, wir spielen Survivor, weil wir zu viert sind. Quattro Formaggi. Weil wir sind Käse. Und ich spiel kein Killer, heißt es. Und das heißt auch, ich zeig euch mal meine Perks. Ich hab hier Widerstandsfähigkeit, kein Gejammer. Wir werden ewig... Das ist jetzt nicht unser Problem. So. Wir werden ewig leben und hart im Nehmen. Hart im Nehmen hat ein Input-Delay von 8 Sekunden leider. Deswegen hat es noch nie geklappt. Ach komm, hör auf. Ist doch scheiße, ganz ehrlich. Wer... ja. Wir, äh, hier Weihnachten, ne? Jutes Thema auch. Ist so ein bisschen Gebäck im Hintergrund und Schnee. Ja, ich hab das Gefühl, irgendwie geht's dir grad nicht so gut. Du wirkst frustriert. Aber ist ja auch egal, weil immerhin hab ich Mari, die Auftragsmörderin. Und uns. Das ist eine legendäre Kreatur, Vampir-Assassine. Immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, schicke sie mit einer Attentatsmarke ins Exil. Gesundheit. Hm. Assass... oh, es geht los. Okay. Da ist wieder eine Simplication-Pick. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Wieder mit SG-Hakern mit dabei ist auch Gnu. Hallo. Hier hab ich nichts zu sagen. Oh nein. Aber warum jetzt nur Gnu? Also, das ist so... Nein, oh Mann! Deswegen, weil ich so Opfer bin. Oh, es ist der Hilbeling. Oh, Kettensägen-Boy. Ja, das läuft ja... Gut. Ach, Kalle, Mensch. Nee, sterzig war es. Das war ich nicht. Ich kann kein Video da an. Nein, nein, nein. Mein Büro, Nuckels. Ich häng. Oh, dieses Drecksperg. It hurts. Dead man's switch. Okay, ich hab Gnu direkt. Alles cool. Willi kommt hierher gerade? Ja, ja. Ich hab Gnu hängengeblieben. So, weiter geht's. Gurgenglass Gnu online. Nein. Ich höre die Kennensäge. Vibili läuft mir immer noch hinterher. Okay, wohin rennst du? Weg. Ist das bei dir oder bei mir, der Sound? Ah, ja. Wo ist der? Immer noch hinter mir her. Welch? Ah! Ich renne nach ganz hinten auf die andere Seite der Map. Oh, ich war tapfer. Ja! So ein geiles Quicktime-Event. Er ist immer noch hinter mir, halt keine Ahnung. Ist so ein geiles Survivor zu spielen. Ich hab mich so geil versteckt. Ich bin auch so gut als Survivor. Pst, ich höre ihn vielleicht. Doch nicht. Er ist nicht bei mir. Er ist bei mir. Wir sind immer noch bei Stürzen. Alter, ich hab mich so gut versteckt vor ihm. Ja, aber ihr müsst jetzt mal Jen machen. Mir reicht. Ja, ich war fertig. Warum gibt's solche Gents eigentlich nicht auf dem Festival, frage ich mich. Das ist sehr hoher. Wenn man die mal reparieren muss. Was war das denn hier? Hier wittert's. Ich hab ein Totem kaputtgehauen. Alter, du bist ja... Ein Hex-Totem. Ist er aber... Ist er noch bei dir? Nein! Ja, er ist noch bei mir. Holy. Ich dodging gerade die ganze Zeit. Und Jen ist fertig. Ja, er ist bei mir? Ja, er ist nicht mehr. Nicht bei mir. Er ist abgebogen. Er hat keinen Bock mehr. Ich hab einen Erfolg freigeschaltet. Sprung halt. Oh nein. Alter, geil. Er ist gone. Scheiße. Oh mein Gott, der hab ich nicht gesehen. Geil. Ja, er ist halt... Alter, ich... Er ist halt ein bisschen unfähig. Wo ist er? Oh scheiße, jetzt hat er mich. Oh Kalle, ich seh's. Du bist so ein Keck. Ja, ja. Ja, aber ich hab nur mit Werkzeugkasten repaired. Oh shit. Repaired. Okay Kalle, ich hol dich gleich, ja? Oh, ich freu mich. Ha 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 ha. Ey, er ist so ein Hilly-Billy, ne? Ich heim mich kurz, Kalle, dann kann ich zu dir. Ey, ich freu mich. Nein, 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 ich hol Kalle. Alles gut. Na gut, na gut. Wenn du das sagst. Das Ding ist, der Hilly-Billy ist so ein Otto geworden. Ist es wirklich so? Oh, er kommt wieder. Der nutzt halt die Kettensäge, um schnell über die Map zu kommen. Ich kenn ihn ja. Ui, jetzt wird's aber hier gesägt, wa? Junge, der sprintet hier rüber. Hä? Ach, du Scheiße. Junge, Junge, Junge. Ich höre immer, dass die hier sehen will, ne? Enno, kannst du mich heilen? Wo bist du, ne, ich hab'n Werkzeugkasten. Soll ich die streicheln mir in der Rohrzange? Ach so. Alter. Du kannst dir aber trotzdem heilen. Du kannst dir auch ohne Mad-Gids heilen. Anyway. How's your sex life? Den Film müssen wir mal schön, äh, ne Reaction zu machen, oder? Ne. Doch, jetzt reicht's. Nein. Du, ah, warte mal. Ey, Head of Blood. Ja, das bin ich. Mein Name. Bist du in dem neuen Julian Bam Video drin? Ja, hast du schon gesehen? Ich hab'n dich heute da gesehen. Ja. Ich hab mir die Premiere witzigerweise angeguckt. Ja, ja, ja. Und weißt du, wer noch darin vorkommt? Ja, ja, ja. Ich weiß das. Soll ich's sagen? Gerne. Es ist... Das ist... Ich bin hier an dem Ausgang. Mach mal die letzten Gents. Wir sind alle verletzt. Ja, Mann. Aui. Das Spiel tut einfach weh. Schätze, ich komm direkt zu dir. Kann ich dich holen? Nee, ich hol ihn schon. Alles gut. Ich bin so ein Hyper-Carry innen und außerhalb des Games. Let's go. Oh, der kommt zu mir. Scheiße. Ja, er ist bei Gnu da hinten. So richtig... Scheiße. Der hier ist ein Gen direkt. Oh, weia. Ja, ja, den hab ich die ganze Zeit gemacht. Den Gen darf man nicht abbrechen, gell? Sonst kommen diese dummen... Gäh. Das Ding ist, der kommt halt safe zu uns, oder nicht? Nö. Safe. Aber nicht abbrechen, sonst. Scheiße. Ja. Äh, Hendo, kannst du mich anfassen? Erst zeigt bei mir. Oh, ey, guck, will dich Kalle? Nein, nein, nein. Ach, da war auch noch Kalle, wallah. Äh, Gnu, mein Wissen nur. Da. Hängengeblieben. So. Oh, er kommt schon. Jetzt wird's aber spannend. Er nimmt mich, weil er weiß, es muss... Gerne. Ich hab doch HAD im Nehmen gedrückt! War zu früh, wa? Naja. Also, der zweite Effekt ist... Ja, wir fassen uns erstmal an. Assassinen, Söldner und Räuber, die du kontrollierst, haben Todesbedürfung. Und... Immer wenn diese Kreatur einem Spieler Kammschaden zufügt, kannst du eine Attentatsmarke von einer Kreatur im Exit entfernen, die der Spieler besitzt. Falls du dies tust, zieh eine Kalle und erzeuge zwei Schatzspielsteine. Never. Also, die mit Ränkel... Ich glaub, du lügst. Kann ich Heno holen? Ja. Ja, 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 ich bin auch hier. Der ja gerade stert sich. Nee, er ist hier oben auf dem Spiel, aber... Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nee, dann geht wieder. Stetze kommt durch, Stetze kommt durch. Geht wieder, geht wieder. Alle holen mich gerade, ist so bad. Ich hol ihn. Ich hab doch hier gesagt... Egal, ich bin doch hier! Er kommt jetzt genau zu euch, er kommt genau zu euch! Ja, na klar, und hier sind wir jetzt alle! Und ich bin jetzt so tot. Ich bin hier gar nicht! Nee, ich dodge hier den Hillbilly ohne Ehre, ey. Ich hab euch eine Info gegeben. Und das war's. Ich mach den so weg, den Hillbilly. Den hellen. Den hellen, den hellen, den hellen Willi. Oh ja! Naja, aber das Spiel macht ja Spaß. Naja. Komm drauf an, wenn der jetzt hier zu uns rennt, ja. Ja, ja, er kommt zu euch, er kommt zu euch. Oh, er ist jetzt richtig... Oh, shit. Ja, er hat richtig... Der petzt. Oh, shit. Wir müssen uns aufteilen. Ja, er hat sich geschafft. Ja, lass es blitten. Oh, Gott. Lass es blitten. Ja. Nein! Ich glaub, Kalle wird grad zersägt. Oh, scheiße. Ey, ich hab die Knochen bis hierhin geknacken hören, Digi. Kacken hören. Schön gekackt. Die Knochen kacken hören. Ach, du scheiße. Er weiß? Aua. Okay. Äh. Ich hol Kalle. Nee, 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 nee. Mach mal Gents, mach mal viel Gents jetzt. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Ich mach grad richtig ordentlichen Gents hier. Ja, der tut hier die ganze Zeit so ein bisschen rum und läuft die ganze Kalle rum und guckt jetzt auf den Berg. Äh, ich bin sogar mit der Gelder. Ich kann... Nein, ich hab Atem nebengemacht. Aber zu früh. Ich dachte, er schlägt im Fallen. Also mehr sagen als macht Gents kann ich jetzt auch nicht. Achso. Oh, Gnurin! Oh, 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 mein Gott, oh, mein Gott. Oh, Gott. Lauf. Nächste Karte. Ja, die ist nicht spektakulär. Hier, Bitterblüte. Achso. Ich... Ja, kommt wieder zu euch. Ist jemand am Gen dran? Ey, Diggi, was geht's? Für zwei Mana. Oh. Oh, fuck, da kommt er. Ja, das war daneben, Diggi. Gnurin, dreh um und fass mich an. Danke. So. Ähm. Mute. Macht jemand grad einen Gen? Ja, Icke. Er ist hinter mir. Gut. Der hat halt diesen Perk, dass die Gents die ganze Zeit resettet werden, ne? Das ist richtig scheiße. Das nervt. In Summe macht das so viel aus. Aber ich hab jetzt einen auf dreiviertel voll. Gut. Auf dreiviertel. Er ist hinter mir, er verkackt hart. Sehr gut, Stärzig. Halt ihn bei Stange. Warst du schon mal down? Äh, ja, einmal. Okay, dann int, meinetwegen. Nö, ich versuche ihn so lange hinzuhalten, wie es geht. Ja, ja. Super. Großartig. Okay, das war's. Von Gen left. Egal, ich bumm's ihn so hart, ne? Das ist heftig ausgezeichnet. Mit deinem Phallus? Der ist auf null wieder. What? Ist mir grad an dem Gen? Nee, ist versterftig. Ich kann nicht verholen. Ihr seid halt schon alle, ihr macht in der Ecke. Ihr seid nur fertige. Ja, ganz hinten rechts hinter der Hütte. Äh, ganz hinten hinter der Hütte. Da, nee, nee. Hinter dem Hütte, da ist einer richtig weit. Auf jeden Fall. Wirklich, wirklich? Die leuchten ja hier alle schon. Stärzig hängt das zweite Mal. Scheiße, Leute, Hilfe! Alle von uns, wenn sie noch einmal hängen, sind tot. Wirklich. Und das ist das Problem. The fuck? Er erkennt mich. Das ist ja krass. Macht jemand einen Generator? Er kämmt Stärzig. Gar, macht keiner einer. Ja, Gnu, wir könnten den, ich mach jetzt einen, weil der kämmt ja wirklich. Oh, er ist bei mir. Gnu, du kannst. Ja, ich hole dich gleich. Ich hole dich. Oh, du kannst du Stärzig holen? Ich bin so bad. Ja. Ja. Na ja, also Bitterblüte. Ja. Ist eine Stammesverzauberung Feenwesen für zwei Mana. Zu Beginn deines Versorgungssegments verlierst du einen Lebensgrund und erzeugst einen 1-1 schwarzen Feenwesen-Räuber-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Das ist ja am Arzing. Oh Gott. Die ist cool. Sheldrit. Die Apokalypse. Wo ist noch ein Sheldrit denn? Die Apokalypse. An dem Hügel ist noch ein Gen. Du bist doch dran vorbeigelaufen genug. Aber der läuft doch noch. Das ist mit meine Lieblingskarte. Hä? Hä? Wieso hä? Wieso weiß der das? Das ist Schwarzmarkt. Die hat dich erklärt im Video von Stärzig. Falls es euch interessiert, geht er da vorbei. Ich bin kein Gen. Ich schalte mal wieder zurück. Was ist gerade Gen, Stärzi? Ich mach gerade in dem Hügel gerade den Gen. Ich bin kein. Ich kann ja auch mal los damit. Das sind so die Kack-Nooks. Ja, ne? Aber war von mir eine gute Runde. Safe. Klasse. Ich hab... Die erste Hälfte war gut. Die erste Hälfte war gut. Ja, da... Das kann er halt nicht. Mach doch, mach doch. Boah. Na? Ei, 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 ei. Das war knapp. Lol, du bist ja... Ha! Der kommt ja gar nicht... Ha! Nicht mehr die Palette! Okay, das ist heftig! Jura ist so sauer. Jo, wär ich aber auch. Aber allein das... Also er spielt dann nur mit der Kettensäge. Man, gegen solche Killer verkacken wir. Das heißt, wir sind ja noch viel schlechter. Ja. Aber wir spielen ja auch nie. Ja, aber ich weiß ja... Ich bin ein ziemlich guter Killer. Und... Oh Gott. Wir sind ja so scheiße. Ja, ja. Ja, jetzt... Das war jetzt schon wieder ein Fehler. Was macht der denn? Ich weiß es auch nicht. What the fuck? Nicht die Kettensäge nutzen! Ruf ihn an. Mein Gott. Meanwhile... Ja, Gnu, du machst das. Ich hab dir Zeit verschafft. Du suchst die Luke oder... Kommst halt. Ansonsten könnte ich auch noch hier... Phyrexianische Arena. Zu Beginn... Ist... Achso. Verzauberung, drei Mana. Zu Beginn deines Versorgungssegments ziehst du eine Karte... Soll ich jetzt machen? ...und verlierst einen Lebenspunkt. Weiß ich nicht. Luke suchen. Ja, Luke suchen. Du hast was gefunden. Was? Ja, ja, ihn, ne? Und ja, ja, Touré. So, das ist Glutella. Sie versucht hier gerade den Killer abzuhängen. Das ist ein spannendes Duell. Über die... Über den Fenster Sims gehüpft. Aber sie hat ja ne Dingshose an. Ne Radlerhose. Ne Radlerhose. Ne Radlerhose. Das war ein Foul. Ja, äh, der Videoassistent sagt... Es gibt noch mal ne, äh, Wiederholung. Oh, das wird echt knapp. Leucht! Und da hat sie es geschafft! Schau, Kakao. Comeback! Und dann in den Rücken. Mit dem Vorschlaghammer, weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut. Das kannst du auch ordentlich singen, finde ich. Also mit dem Board, mit dem Soundboard. Ja! Mann! Achso, das ist nicht... Alter, durch die Dachboden dealen. Durch die Dachboden dealen. Haha. Quadra D. Das war nicht Doppel D. Das war Vierfach D. Naja. Und so zerbröselt der Keks. Meine Damen und Herren. Wir sind schon wieder am Ende einer weiteren Folge. Hanno zeigt euch seine Magic-Karten. Hier, das zum Beispiel ist die Erinnerungsmarke für zwei Mana. Artefaktausrüstung. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampsche anzufügt, kannst du zwei Karten ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte aus deiner Hand ab. Ausrüstungskosten nur ein Mana. Das ist echt wenig. Ich versteh's nicht. Am... Dienstag? Montag? Sterzig? Wann geht's bei dir weiter? Sorry, wir schneiden das. Dienstag. 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 Ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag... Sind die Daten von SG Hakan, das sind wir. S steht für Sterzig, G steht für Gnu, H steht für Hanno, G steht für Galle. Und K steht für... Kacke. Für Kacke. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017